Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Baraja von Baraja Lost Paper. Ich verschlucke mich beim Sprechen und ich habe ein kleines neues Video für euch. Und zwar möchte ich jetzt ein Quickie mit euch hier veranstalten. Ich habe mir nämlich ein bisschen von diesem schönen Stemperia Cosmos Infinity ausgeschnitten und möchte jetzt hier eine Seitendekoration machen. Und da dachte ich mir, wenn ich hier schon rumhexe, dann hole ich euch einfach dazu. Und zwar haben wir das Ding hier schon mal angeguckt. Das ist ja eine recht breite Seite. Wenn ich jetzt noch weiter hier rumkrechze, dann muss ich das Video nochmal neu anfangen, aber ich habe nicht so viel Zeit. Ich möchte jetzt hier schön ein kleines, süßes, schnelles Video machen. Ich habe hier von ein paar Resten, die ich hier vom Craften hatte, habe ich hier so kleine Pockets ausgeschnitten. Ich möchte die jetzt hier so dekorieren. Schwupps. Und dann hier diese vier kleinen Text. Die habe ich nämlich mit Linien gemacht. Hübschi. Hübschi fein. Ich könnte sie noch so ein bisschen distressen. Das wäre vielleicht gar nicht so ganz verkehrt. Aber gut, ich fange jetzt erst mal mit den Pockets an. Quickie Pockets nenne ich, glaube ich, dieses Video. Ich hoffe, das kommt hier vor der Sperrliste. Dann einmal so ratzi-fazzi kleine, süße Taschen hier dran zu nähen. Gott. Ich habe heute mit der Nähmaschine gearbeitet. Ich komme hier von dem Nähtrip nicht mehr runter. Warte. Also hier schnell ein paar kleine Pockets. Also ich liebe das ja, mit diesem Chunk-Channel-Kleber hier mit dem Pensel zu arbeiten. Ist ja so genau meins. Ich arbeite sowieso total gerne mit dem Pensel. Kann ich nicht anders sorgen. So, jetzt versuche ich das hier mal ein bisschen gerade hinzukriegen. Schwupp. Sieht ganz gut aus. So, und jetzt ist hier auch wieder Captain Augenmaß gefragt. Captain Augenmaß kriege ich eigentlich meistens ganz guter Ergebnis. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem Herzchen-Augenmaß. Ich bin damit ganz happy. Wer hier, also wer überhaupt so insgesamt an Chunk-Channels, ähm, ein Linear legt, der ist selbst schuld. Dem kann man eh nicht mehr helfen. Das ist ja sowas von unnötig. Bin immer froh drum, wenn es einfach so per Augenmaß fein ist. Ich glaube, ich habe auch ein ganz gutes besorgen, weil wenn ich irgendwelche Bilder aufhänge oder was, dann bin ich auch die, die sagt, wo ist gerade oder noch einen Millimeter nach dort oder noch einen Millimeter nach da. Und, äh, damit zeigt das jetzt gut. Ist gut dran. So, ich setze die Pockets hier mit Absicht recht weit auseinander, dass man auch schön was von dem Design sieht hier. Auf der Seite hier haben wir kein Stamperia-Kram. Und, äh, das ist dann hier so ein kleines Design-Element. Weil das ganze Journal hat ja den Anstrich von dem Cosmos Infinity natürlich nicht hundertprozentig und komplett. Ich habe hier auch, ähm, weitere Sachen noch hier am Start, die gut da reinpassen, ohne dass sie jetzt hier von dem, äh, Stamperia-Design sind. Ich mag die Haptik von den Stamperia-Seiten. Da bin ich immer total happy. Also, diese Blöcke kann ich den ganzen Tag irgendwie anpassen. Wir haben so eine schöne feine Papier-Haptik hier. So, und um euch da jetzt mal ein Bild von zu geben, ich stopfe die jetzt nicht tief rein, weil der Kleber, der ist noch frisch und weich. Dementsprechend, ähm, okay, jetzt geht's echt hin. Dementsprechend will ich jetzt ja natürlich nicht zu viel Wirbel machen. So. Dann, 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 dann. Ich möchte hier oben haben. Nein. Also, da kommt mal ein kleiner innerer Monk raus, wenn das so zu sehr Ton ist, dann bin ich damit nicht glücklich. So, damit bin ich happy. Ein kleiner Blick auf die Uhr. Ich muss nicht mein Töchterchen durch einsammeln. Nicht, dass sie warten muss, die kleine, große. So, das Seitenelement ist fertig. Hier haben wir noch was zum Klappen. Da bin ich mal überlegen, was ich dahinter noch mache. Ob ich hier auch noch was zum Ausklappen dahinter setze. Aber auf jeden Fall ist mir dieses Seitenelement sehr wichtig. So leicht, wie ich es hier reingesteckt habe, kann ich das jetzt auch zuklappen. Und genau, wisst ihr was? Wir machen einfach noch das nächste Element. Das zeige ich euch auch direkt, ob ich es noch schon fertig habe. Also fertig, ne? Fertig ist relativ. Ich habe hier nämlich ein Slider-Element gebaut. Und das möchte ich hier einfach auf die Seite setzen. Und je einfacher, desto besser. Oben und unten ein bisschen Kleber dran, dass das wirklich gut und nicht hält. Dann schneide ich einfach oben die Kante ab und das ist gut. Also vorbereitet. Also ich werde euch jetzt hier nicht bei jeder Vorbereitung mitnehmen. Da habt ihr es nämlich sonst gähnend langweilig, wenn ich hier irgendwelche Sachen zuschnipsel und distress. Und dann machen wir mal die relevanten Sachen. Wir setzen die Dinger an die Plätze, wo sie hin sollen, ne? So, hier ist einfach Käpt'n-Augenmaß, ein bisschen Kleber hinter. Ich habe gerade schon mit dem Pinsel in den Mund genommen, man kann ja gar nichts mehr erzählen. Wie ihr schon seht, dürfen wir noch ein paar mehr. Also ich weiß nicht, ob ihr es schon seht, aber es wäre sichtbar, wenn man es sehen wollen würde. So, zack, Slider Element 1, er slidet. Da kann man natürlich, das ist in der gleichzeitigen Belly-Band, da kann man natürlich was hinter stecken, was ich denn auch tun werde. Hier hätten wir zu bieten Slider Element 2. Das möchte hier wohnen. Das ist genauso fertig gemacht wie das andere, also schon genauso vorbereitet. Und So, gucken wir mal, dass wir es möglichst gerade hinkriegen. Das ist ein bisschen gerade, ne? Ich habe gerade was von Augenmaß erzählt. Gut, ich habe genau das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn ich mir wieder meinen Pinsel zwischen den Lippen und Klemme, steht die möchte ich nicht mehr. Also, ich habe ein Augenmaß, hat mich verlassen. Ist auch über hier. So. Jeder Slider Element, Belly-Band. Das ist ja heute ein richtiger Quickie. Aber ich habe nicht so viel Zeit, und zweitens, weil ich so vorbereitet bin, dass er mir nur noch beim Festsetzen der Elemente zugucken muss. Das heißt, müsst, dürft, oder wollt, oder, ach, keine Ahnung. Ihr seid ja freiwillig hier, ne? Das fängt euch ja keiner. Deshalb geht's hier und was anderes. So, genau dieses Ding, das werde ich auch so ein bisschen, also das ist in sich ein bisschen schief, aber das ist was gewollt, dass ich nur die Sonne hier einzeln habe. Ich bin nicht betrunken. Ich bin nicht betrunken, ich bin nicht. So, und auch hier, ich gehe jetzt wirklich einfach simpel mit diesem Pinsel dahinter, gucke mir das gar nicht erst groß an. Habe auch nicht lieber geschmiert, das ist doch schon mal schön. Und ich glaube, jetzt mache ich hier mal so einen Kniff. Und knick das hier einfach mal um. Ich weiß zwar noch nicht, warum. Aber irgendwas werde ich mit diesem Knick machen. So, Kleiderlament erledigt. Dieser Knick, also irgendwas wird dieser Knick für mich noch tun. So, meine Lieben, jetzt mache ich hier das Büchlein zu. Freue mich, dass ihr mir bei diesem Kiki hier zugeschaut habt. Bei dem Junk Journal Kiki mit kleinen Sliderelementen. Und den kleinen Poppets hier vorne. Das hat echt Spaß gemacht und ich freue mich, dass mir das vorhin so eingefallen ist, als ich meine Schnipsel hier begutachtet habe. So, nun. Habt ihr Spaß beim Basteln? Und bis demnächst in den Kino. Bis zum nächsten Mal.